Elliot? Melody? Oh mein Gott! Und im Handumdrehen verwandelten sie sich wieder in die 19-jährigen Studentinnen, die sie einst waren. Äh, Alter, wir sollten schnell abhauen, bevor sie rüber gucken. Wieso? Sie lassen sich nur auf eine Art aufhalten! Zeig ihnen das Foto von Isi! Los, schnell! Muss... Foto... zeigen! Mädels? Mann, ist das schön, dich zu sehen.